Hallo, liebe Leserfreunde. Heute habe ich den zweiten Teil meiner Endstops für euch. Um die Endstops nutzen zu können, benötigt der Leser ein paar Befehle. Diese werden als GRBL-Kommandos auf den EEPROM des Controllers geschrieben. Das klingt jetzt erstmal schlimm, ist es aber nicht. Als Firmware für Audino ist GRBL eine Implementierung, also eine Umsetzung eines Jeepcode-Interpreters. Um das Ganze besser zu verstehen, kann man unter github.com jede Menge detaillierte Informationen dazu finden. Ich halte mich da besser raus. Das Erklären für sowas ist was für Leute, die sowas können. Sucht man auf Github GRBL, erfährt man, was GRBL ist. Wozu man es nutzt, Konfigurationen, Einstellungen, Listen der Befehle und wofür man sie benutzt. Möchte man sich tiefer in das Thema einarbeiten, sollte man dort unbedingt mal reinschauen. Um meine geänderten Parameter dauerhaft auf den EEPROM des Mikroprozessors zu schreiben, benötige ich einen Universal-Gcode-Sender. So nennt man eine Software, die das übernimmt. Dafür geeignet ist Laser-GRBL. Und da sie Sculp-Fan zur Installation des Treivers für den Laser empfohlen hatte, haben wir das in der Erstinstallation auch brav gemacht. Für jemanden, der hier nur Trockenübungen macht, zeige ich kurz die Installation. Ich öffne dafür die Seite laser-rgbl.com und gleich unten auf der Seite befindet sich der Download-Link. Datei downloaden und installieren. Im Hintergrund macht er nun die Abfrage, ob ich Veränderungen auf meinem PC zulassen will. Na klar. Ich akzeptiere mit Next den Installations-Pfad. Nein, ich möchte kein Icon auf meinem Desktop. Next und mit Finish starte ich die Software. Nun muss ich den Treiber installieren für den Laser. Über den Menüpunkt Werkzeuge installiere ich mir als nächstes den CH340 Treiber und nachdem er es entpackt hat, starte ich die Installation. Der Treiber ist jetzt installiert. GRBL Parameter ändern und schreiben. Ich starte meinen Laser und öffne mir Laser-GRBL. Ich gehe hier mal von folgendem Stand aus. Mein Laser ist funktionsbereit, ich habe keine eigenen Einstellungen gemacht und da ich schon einige Male gelasert habe, läuft soweit alles. Ich starte die Verbindung zum Laser über den kleinen gelben Blitz hier oben. Mit dem Befehl $$ kann ich mir die voreingestellten GRBL Parameter anzeigen lassen. Bei einem Erststart stehen die Parameter meistens schon gelistet da. Über das Menü GRBL komme ich unter dem Punkt GRBL konfigurieren zur GRBL Konfiguration. Ich ziehe das mal etwas größer. Hier findet man nun die voreingestellten Standardwerte, die der Controller auf seinem EEPROM stehen hat. Diese Parameter dienen nun im Grunde der Steuerung des Motors. Die Änderungen, die ich hier mache, habe ich selbst erarbeitet, sind aber deckungsgleich mit denen von anderen im Internet. Der Übersichtlichkeit nach trage ich die Werte von oben nach unten ein. Aber die Reihenfolge selbst spielt keine Rolle. Anfang tue ich mit $20 Soft Limits. Mit den Soft Limits wird geprüft, ob der Maschinenbereich überschritten ist. Dies setzt aber voraus, dass das Programm die genauen Koordinaten kennt. Voreingestellt sollte hier eigentlich 0 sein. Mit 1 werden sie aktiviert und mit 0 deaktiviert. Ich lasse sie also deaktiviert. $21 Hard Limits. Sie werden aktiviert mit dem Wert 1. Der Hard Limit sagt der Maschine Stopp, wenn der Endstopp ausgelöst wird. Mit einem Klick auf die Zahl lässt sich der Wert über die Tastatur ändern. Ich klicke in ein anderes Feld, um den Wert zu bestätigen. $22 Homing Cycle. Ich schalte ihn ebenfalls ein mit dem Wert 1. Er aktiviert die Referenzfahrt. Das heißt, ich schalte ein, ob das Homing verwendet werden soll. $23 Homing Direction. Im ersten Teil der Endstops habe ich gezeigt, dass ich meine Endschalter rechts vorne angebracht habe. Dieses bedeutet nun, dass ich die Richtung für meine Homing Position umdrehen muss. So inventiere ich ihn hier mit dem Wert 2. $24 Homing Locate Feed Rate. Diese Einstellung ist optional. Ich setze es hier mal auf 100. Gesetzt wird hiermit die Geschwindigkeit bei der Endstopprüfung in Millimeter pro Minute. $25 Homing Search See Rate. Hier ist der Wert ebenso optional zu setzen. Gemeint ist der Wert, der Geschwindigkeit beim Homing, in der er den Endstopp sucht. Der Wert ist ebenfalls in Millimeter pro Minute angegeben. Ich setze ihn auf 1500. Meine Parameter sind jetzt gesetzt und ich schreibe sie auf den EPROM. Die kleinen Dinger sind ziemlich empfindlich und lassen sich nicht unbegrenzt bespielen. Zudem gehen sie scheinbar gerne kaputt und verlieren ihre Daten. Daher exportiere ich mir die Datei und bewahre sie gut auf. Ich schließe das Konfigurationsfenster Laser GRBL. Auf der Hauptebene des Programms trenne ich die Verbindung und kann das Programm komplett schließen. Nahtlos öffne ich mir Lightburn. Mein Laser läuft sofort an und macht artig seinen ersten Homing. Zuerst den Schlitten auf der X-Achse, Anschlag rechts, blink blink. Erst dann setzt er sich in Bewegung und fährt entlang der Y-Achse zum Endstopp vorne. Sein erstes Homing hat er prima gemeistert. Das Zuschauen macht Spaß. Lightburn Ausgangsposition einrichten. Ist Lightburn gestartet und alles läuft, meldet sich die Konsole mit dem Status der Verbindung der Version, der Buffergröße und meldet sein Homing sei ok. Falls er beim Starten nicht gleich Homing gemacht hat, zeige ich später wie man das aktiviert. Ebenso was man bei einem EPROM Fehler macht. Mit $$ kann ich mir nun wieder die voreingestellten GRBL Parameter anzeigen lassen. Hier kann ich sehen wie Lightburn meine festgeschriebenen Werte aus dem Speicher des Controllers übernommen hat. Um die Ausgangsposition festlegen zu können, benötige ich die Koordinaten meines Arbeitsbereiches. Um diese zu erhalten, wechsle ich auf den Reiter Bewegung. Hier kann ich nun einfach den Schlitten im Laserbereich an eine Position fahren, die ich gerne für meine Ausgangsposition festlegen möchte. Auch wenn ich die Koordinaten kenne, fahre ich sie hier mal in kleinen Schritten ab, um zu zeigen, wie sich die Koordinaten oben ändern. Ich stoppe etwas vor dem Profilrahmen, um meinen Schlauch vom R-Assist zu schützen. Nun muss ich mir die erhaltenen Koordinaten merken. In meinem Fall sind es –381 auf der x-Achse und –399 auf der y. Ich generiere mir daraus den Befehl zur Festlegung des Ausgangspunktes. G10L2 ist der Befehl. P1 steht für die Stelle, an der das bei GRBL eingetragen wird. Und jetzt ist für die x-Koordinate ein x, mein gemerkter Wert für die Koordinate – –381 und ein y mit – –399 für die y-Achse. Mit Enter bestätigen. Ich scrolle hier mal etwas runter, sonst sieht man nix. Der Ausgangspunkt ist nun eingestellt. Um zu schauen, ob der Parameter gesetzt wurde, gebe ich in der Konsole $raute ein. Zu sehen ist die Auflistung nach Positionen für Arbeitsbereiche verschiedenster Maschinen – Laser, CNC und so weiter. Hier sehe ich nun auch die Stelle, an der mein Wert eingetragen ist. Die erste Position – P1. P2 wäre anstelle G55 und so weiter. Arbeitsframe einstellen. Um die Größe des Arbeitsframes in Lightburn zu messen und einzustellen, benötige ich jetzt noch den Wert für die Tiefe. Ich greife das Maß über die Koordinaten ab. Ich befinde mich in der Ausgangsposition. Um diesen Wert für die Messung temporär auf 0 zu setzen, tippe ich in der Konsole den Wert $10 gleich 0 ein. Enter. Danach hume ich mir den Laser. Blink, blink. Dort angekommen, wechsle ich in das Menü Bewegung. Die Koordinaten oben sollten jetzt auf 0, 0 stehen. Über die Pfeiltasten fahre ich den Laser Kopf schrittweise auf der Y-Achse nach hinten. Den Wert nach hinten kenne ich natürlich, aber ich zeige es so gern. Meine Position kann ich in den Koordinaten ablesen. X380, Y410. Damit kenne ich jetzt die Größe meines Arbeitsbereiches und kann sie in Lightburn eintragen. Im Menü Bearbeiten unter Geräteeinstellung finde ich die Arbeitsgröße. Meine Werte sind schon drin, so kann ich wieder schließen. Sind die Ausgangspositionen deckungsgleich? Um das zu testen, habe ich ein paar Fahrtests und Lasertests gemacht. Zunächst habe ich den Laser ein Homing machen lassen und bin von dort auf meine Ausgangsposition gegangen. Habe mir in Lightburn ein Rechteck aufgezogen und es nur mit der Rahmenfunktion abfahren lassen. Danach habe ich erneut ein Homing gemacht und das Rechteck mit dem Rahmen abfahren lassen. Dieses sah schon gut aus, also habe ich es mit einer exakten Lasergravur auf einem Brett versucht und ebenso mit einem Motiv aus Karton. Die Ergebnisse sind 100% deckungsgleich. Hier zu sehen mit einer Innengravur und einem Außenschnitt. Was gut zu beobachten ist, nach einer Rahmenfahrt bleibt der Laser am Startpunkt des Leerlaufrahmen stehen. Wenn er vom Homing kommt und den Rahmen abfährt, fährt er erst den Startpunkt des Leerlaufrahmen an und fährt dann den Rahmen ab. Wenn er einen Leseauftrag beendet hat, fährt er direkt zum Ausgangspunkt, nicht zum Home. Wenn man den Schlitten manuell, also mit der Hand verschiebt, muss man erneut ein Homing machen, damit die Ausgangsposition wieder stimmt. Nicht wundern, ich habe mein AirAssist-Modul beim Rumfummeln kaputt gemacht. Deshalb hängt der Schlauch da jetzt so rum und wartet, bis ich mich wieder mit meinem 3D-Drucker vertragen habe. Automatisch Homing. Macht er kein Homing beim Start, muss er eingeschaltet werden. Im Menü Bearbeiten unter Geräteeinstellung den Punkt Auto Home beim Hochfahren aktivieren. Fertig. Fehlermeldung EPROM. Der EPROM-Lesevorgang ist fehlgeschlagen. Auf Standardwerte zurückgesetzt und wiederhergestellt. Wie schon erwähnt, die kleinen Dinger sind launisch. Ich habe sogar gelesen, sie können von UV ihre Daten verlieren. Ist das kleine Ding kaputt, ist das automatische Homing zwar nicht mehr da, aber über die Makros von Lightburn auf Knopfdruck wieder eingerichtet. Im Reiter Konsole befinden sich die Makros. Sie arbeiten wie kleine Batch-Dateien. Ich habe hier schon mal eins eingerichtet. Mit rechter Maustaste auf das Makro lässt es sich bearbeiten. Ich habe es hier mal GRBL Homing genannt. Im Bereich Makroinhalte kopiere ich nun meine Parameter inklusive des gesetzten Befehls für die Ausgangsposition und bestätige mit OK. Löst man den Button des Makros GRBL Homing nun aus, schreiben sich die Parameter temporär in Lightburn. Auch wenn man das nach jedem Neustart machen muss, ist es eine vollwertige Alternative. Wem das nicht gefällt, der kann natürlich auch sein EPROM auslöten und gegen einen adäquaten Ersatz tauschen. Wenn man jetzt 99 Prozent von dem, was ich erzählt habe, streicht, bleibt, in Laser GRBL die Werte von $20 bis $25 setzen. Lightburn öffnen, Koordinaten abfahren, Koordinaten als Wert für die Ausgangsposition eingeben, Ausgangsposition auf Null setzen, zum Messen Koordinaten nach hinten abfahren und ermittelte Koordinaten als Arbeitsbereich in die Einstellung eingeben. Fertig. Ich hoffe es hat euch gefallen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Dicke Dragon Küsschen.